Es war wirklich schön, wir haben ein gutes Spiel gemacht und zwei Punkte gekriegt, das war das Wichtige. Und du hattest heute mehrmals einen Arm im Gesicht, einmal tat es glaube ich richtig weh, oder? Es war nicht so weh, aber trotzdem war es ein großer Mann dieser Typ, also natürlich. Okay, aber es ist ja zum Glück gut ausgegangen und du bist nicht verletzt, jetzt habt ihr das Spiel relativ klar gewonnen und jetzt ist der Fokus aus der Liga erstmal weg, jetzt geht es ja Mittwoch schon weiter in der Champions League gegen Montpellier, was ist das für ein Spiel? Ja, ganz schweres Spiel, wir kennen ja nicht Montpellier so viel, ich habe ja nie gegen Montpellier gespielt und ich glaube es war ein geiles Spiel, wir mussten gut vorbereiten und hoffen dann wir können nach Final Four kommen. Okay, das heißt ihr wollt also zu Hause ordentlich vorliegen, mal gucken wie Montpellier so aufgestellt ist. Jetzt habe ich gerade noch gesehen, nach dem Spiel, wenn es so erfolgreich war, alle wollen Bilder und Autogramme von Magnus, ist das schön für dich? Natürlich, ich liebe die SG-Fans und die SG-Fans ist ja immer dabei mit uns und mag das und dann habe ich kein Problem mit das, ich mag das. Und Magnus lieben alle, also die Jungs, die Mädels, alle wollen sie Bilder, alle wollen sie Autogramme. Jetzt habe ich noch mal eine Frage, wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten, dein Nachname wird ja Rött ausgesprochen, ich dachte ja bislang immer Röll wie in Dänisch, aber nein, es ist Rött. Warum ist es denn Rött? Rött? Rött, mit Roll in dem R, warum ist es Rött? Also ja, Norwegisch, so ist das. Okay, das ist der Unterschied? Also ein bisschen Unterschied, ja. Okay, also es ist nicht Röll-Gröll mit Flöt, sondern es ist Rött-Grött mit Flöt oder was? Ein bisschen so, eigentlich ein bisschen so. Aber ist wirklich nur Norwegisch oder hat es... Nurwegisch, ja. Okay, okay. Und der Vorname, ist es Magnus oder ist es Maunus? Magnus. Magnus. In Dänisch ist es Maunus. Ja, genau. In Dänisch ein bisschen anders. Schwierig, ne? Schwierig, schwierig. Okay, bislang hast du dich super eingelebt hier bei der SG, du kriegst immer mehr Spielanteile. Heute hast du in der zweiten Halbzeit für Holger gespielt, muss Holger sich langsam Sorgen machen, dass der Norweger ihm auf die Pelle rückt? Nein, das glaube ich nicht. Holger und ich sind ein Paar, wir sind ja zwei. Ihr seid ein Paar? Nicht so ein Paar, aber du weißt, was ich meine. Wir sind ja zwei Halbwegs und ich habe ja kein Problem auf der Bank zu sitzen, weil Holger das gut macht und ich glaube, er hat auch kein Problem, weil ich das gut mache. Aber du weißt ja, Holger ist ja doch deutlich älter als du. Ein paar Jahre alt. Die Zeit spielt für dich? Ja, genau. Also du musst nur warten? Ja, ich muss nur warten. Aber so ist das. Alles gut. Dann lassen wir den Norweger jetzt mal in Ruhe, damit er sich regenerieren kann für Mittwoch gegen Montpellier. Magnus Rött, unsere 77. 34, 22. Komm gut unter die Dusche. Entspann dich und dann sehen wir uns Mittwoch wieder in der Flens Arena. Sehen wir uns Mittwoch. Genau. Ist es Favell auf Norwegisch? Äh, adieu. Adieu? Der Norweger spinnt doch wohl. Sag mal. Adieu. Adieu. Adieu aus der Flens Arena. Tschö. Adieu. 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 Adieu.